Ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Abend und freue mich, dass ihr heute Abend hergekommen seid. Das Thema heute Abend, bzw. die Intention heute Abend ist einfach ein Vortrag zum Thema freiheitliche Gesellschaft mit sehr starkem Bezug zum Grundeinkommen, aber das Grundeinkommen wird nicht das einzige sein, über das ich spreche, sondern es hat natürlich sehr viele Bezirührungspunkte zur Gesellschaft, zur Wirtschaft, auch die Form, wie ich mir das Grundeinkommen vorstelle, die Finanzierungsbasis, die ich da in dem Modell, was ich vorstellen werde, erläutern möchte, ist schon darauf ausgelegt, bestimmte andere Veränderungen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, im Geldsystem und im Finanzsystem einfach anzustoßen. Es wird sie nicht alleine hinbekommen, aber es gibt Notwendigkeiten, über die ich dort dann einfach das entsprechend ausführen werde. Ich gebe euch jetzt von der Zeitplanung erstmal, ich werde jetzt erstmal so circa bis zu einer Stunde reden, danach gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung auch mit, dass ihr das auch nochmal zu Hause lesen müsst. Ihr müsst euch also nicht alles mitschreiben. Ein paar Sachen werde ich je nachdem, wie auch von euch Fragen kommen, wie auch Verständnisfragen natürlich erstmal, wenn ihr jetzt direkt im Vortrag Verständnis habt, stellt sie gleich. Im Anschluss werden wir dann auch Zeit haben, auch zu diskutieren, weil mich interessiert natürlich auch sehr stark eure Meinung. Und deswegen, also das eine ist erstmal die Information von mir, was ich mir so überlegt habe, was so meine Gedanken sind und auch wie das Ganze funktionieren soll nach meinen Vorstellungen. Und dann natürlich das Feedback von euch zu sagen, oh, das sehe ich aber ganz anders. Davon gehe ich erstmal ganz stark aus, weil ich habe sozusagen auch schon mit anderen Leuten darüber sprechen können und es ist immer sehr spannend, da in die Diskussion nachher zu steigen. Ja, was ist erstmal der Grundgedanke, beziehungsweise wie habe ich mich dem ganzen Thema angenähert? Erstmal ein bisschen zu meiner Person. Ich selber bin eigentlich Tochterentwickler, habe also eher mit der IT zu tun und habe mit gesellschaftlichen Belangungen jetzt recht wenig in direkten Bezug zu tun, also über die Arbeit und so weiter überhaupt nicht. Und ich habe damals, als ich dann in den Softwarebereichen angefangen habe, und habe angefangen in der Bank zu arbeiten, und habe mir dann angefangen, Fragen zu stellen, okay, wie funktioniert die Bank? Wie kriegen die eigentlich das Geld rein, wo wir uns als Softwareentwickler bezahlen, damit sie sich das ganze System überhaupt leisten können? Und das war so für mich der Einstieg dabei, zu sagen, ich habe mich mal mit dem Wirtschaftssystem beschäftigt, habe mir dann auch, wie das Finanzsystem läuft, habe dann auch angefangen, ein Studium im Berufsbegleitung vorzusetzen, um zu verstehen, wie funktioniert Markt. Marktwirtschaft, weil das ist ja auch so das spannende, wir leben zwar in der Marktwirtschaft, wir wissen auch, wie das Einkaufen funktioniert, wie man eine Waren bekommt, wie das so an sich theoretisch alles so in direkten Bezug funktioniert, aber was sind die Mechanismen, die dahinter funktionieren? Was denkt eigentlich ein Unternehmer? Was braucht ein Unternehmer, damit er arbeiten kann in diesem ganzen System? Weil wir kommen ja selten in die Position, wirklich zum Unternehmer zu werden. Und diese ganzen Zusammenhänge dann zu hinterfragen, das war dann sehr spannend, das Studium hat da, auch das Finanzsystem angeht, relativ wenig Antworten geliefert, aber auch dort gibt es dann zum Glück immer wieder Dozenten, mit denen man sich schön unterhalten konnte, und die dann Impulse gegeben haben, außerhalb des Studiums in andere Literatur zu schauen, wo dann ganz andere Fragen eröffnet werden. Deswegen ist es auch sehr verständlich, warum das Wirtschaftsstudium, also das Klassische, wie man es heute ganz normal bekommt, auch mit dem Finanzsystem, was dabei ist, wo der Euro erläutert wird, wo zum Beispiel das ganz europäische System mit den EZB und Zentralbanken usw. erläutert wird, warum trotzdem da keine größeren Fragen aufgeworfen werden. Warum man aus dem Studium, von der Wirtschaft rausgeht und dann zu einem Hedgefondsmanager wird, ohne sich weiter Gedanken überzumachen. Das hat einfach damit zu tun, weil auch das Studium diese Fragen gar nicht stellt. Weil was bewirkt ein Hedgefondsmanager? Was macht diese Person, wenn sie Geld einsammelt, damit zu Unternehmen Aktienkauf und sagt, ich möchte hier eine Dividende haben? Was passiert dann? Was sind sozusagen die Ausdruckungen auf den Angestellten in dieser Firma, die einem Hedgefondsmanager eine Dividende zahlen muss? Diese Antworten, diese Fragen werden im Studium nicht gestellt, haben aber sehr viel damit zu tun, wo unsere Freiheitsrate liegen, wie unser Geldsystem organisiert ist. Das so mal als meinen persönlichen Background, wo ich mir angefangen habe, einfach Informationen zusammenzusuchen und womit ich mich dann eben auch dem Thema Grundeinkommen von der ganz anderen Seite genähert habe. Weil heute ist es eher üblich, das Grundeinkommensthema von der staatlichen Seite herzudecken. Wir haben Rentenversicherung, wir haben Arbeitslosenversicherung, wir haben im Endeffekt eine Form der Grundsicherung, in Form des Hartz IV, die mit sehr vielen Regelungen und Ähnlichem bedacht ist. Aber an der Stelle ist sozusagen ein Konsens in der Gesellschaft schwierig. Weil die einen sagen, ja, das ist doch ein Mindestanspruch. Also irgendwie muss doch dafür gesorgt werden, dass ich als Person leben kann. Und ja, wer ist jetzt dafür verantwortlich? Wie viel Verantwortung eben hat die Gesellschaft, einem Individuum gegenüber zu sagen, ich sorge für deine Wohnung, ich sorge für dein Essen. Oder wie viel Thema ist, du bist selber auf dich zurückgeworfen und hast selber dafür zu sorgen. Und eigentlich, weil es muss ja dann wieder von anderen bezahlt werden, Einkommenssteuer, Sozialversicherung und so weiter. Das heißt, es ist dann wieder ein Keil zwischen die Menschen getrieben, die einen, die das aktuell brauchen, die es auch vielleicht langfristig brauchen. Und das andere Thema dann, die Menschen, die es natürlich bezahlen. Und dann auch immer das große Thema, wer bezahlt denn eigentlich was? Weil das große Thema ist, es würde ja so viel Einkommenssteuer bezahlen werden. Ja, das ist auf der einen Seite, das ist natürlich ein großer Block. Aber die Leute, die sich über die hohe Einkommenssteuer aufregen, bezahlen kaum aus dem Sozialversicherung eventuell ein. Und die Sozialversicherung, wie oft stehen die Arbeiter auf der Straße und sagen, Sozialversicherung, ich zahle 30, 40 Prozent dazu, zu meiner Einkommenssteuer. Wer stellt sich damit auf die Straße? Das Thema, sozusagen die Lobbyisten an der Stelle, vertreten nicht die Klientel, die die großen Soziallasten an der Stelle wiederum zu tragen hat. Und auf der anderen Seite sind die Schultern dann auch sehr unterschiedlich groß. Und da ist für mich zum Beispiel auch immer das Verständnis schwierig, das Bild, wer eben was zahlt, wird zumindest in den Medien, soweit ich das noch wahrgenommen habe, sehr verzerrt. Das heißt, wie viele Sozialversicherungsleistungen gezahlt werden, wie viele über die Einnahmen der Sozialversicherung direkt bezogen werden, wie viele Steuereinnahmen zum Beispiel transferiert werden müssen, um die Sozialsysteme zu stützen. Auch das Thema Krankenversicherung usw. war ja ein langer Diskussionspunkt. Aber die Frage ist, was wird eigentlich von der Krankenversicherung aktuell gezahlt, noch als wirkliche Leistung? Dann kommt die Zuzahlung, was dann schon mal eigentlich unter den Tisch fällt, wo die Leute ja eigentlich Ansprüche haben, die sie mal erworben hatten, die jetzt runtergeschraubt werden. Auf der anderen Seite hat man mit diesem neuen Fonds, also mit dieser, sozusagen die Krankenversicherung, den Wettbewerb, das war dann zu schlimm. Das heißt, man hat den Wettbewerb innerhalb der Krankenversicherung wieder eingestellt, zumindest innerhalb der gesetzlichen, und hat gesagt, alle Einheitsbeiträge. Also das war ja auch ein sehr umstrittenes Thema. Aber man hat jetzt wieder eine andere Bürokratiestruktur, die noch mal Leute versorgt. Und da kommen wir eigentlich wieder zum Kernpunkt, das Thema der Versorgung. Schafft man extra Bürokratie, damit man Leute in Lohn und Brot bringt, damit sie zumindest eine, ja, ist die Frage, eine sinnvolle Tätigkeit, eine praktizierende Tätigkeit, zumindest können sie sagen, ich tue doch etwas für die Gesellschaft, ich arbeite für die Gesellschaft. Wie sinnvoll das, wofür sie eingesetzt werden, ist, ist eine andere Frage. Und es steht auch nicht wirklich zu, das zu bewerten. Die Frage ist nur, hätten wir eine Möglichkeit zu sagen, okay, du bekommst eben ein Geld, ein Einkommen, ein Grundeinkommen, eventuell auch bedingungslos, und dafür können wir aber die Bürokratie abschaffen. Das heißt, wir können sagen, also an den und den Posten, diese ganzen Regelungen, allein wenn ich mir das Sozialgesetzbuch für Hartz IV anschaue, war es wohl eines der größten, mit, ich weiß nicht mehr, wie viele Wände das sind, wenn ich das Ganze tatsächlich einfach abschaffe, daneben lege und sage, hier werden nochmal so und so viele tausend Leute eigentlich freigesetzt, und zwar vom Staat. Die staatlichen Beamten und Angestellten und öffentlicher Dienst und so weiter würde freigesetzt werden, aber dann habe ich ja noch mehr Leute. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, weil keiner wird freiwillig auf seine Arbeit verzichten, mit der er legitimiert ist, dass ich Geld bekomme, um zu überleben. Also kann die Bürokratie von innen heraus gar nicht abgebaut werden, weil die, die erstmal drin sind, egal, also da gibt es auch viele Menschen, die selber gedanklich, natürlich soweit, auch kritisch mit ihrer eigenen Tätigkeit sind, gerade was auch die Argen angeht, die Verwaltung der Arbeitssuchenden, was sie teilweise den Leuten an Forderungen im Endeffekt auf den Tisch legen müssen, sei es, um sie aus der Statistik rauszubekommen, sei es, um einfach wiederum von oben verordnete Zahlen zu erfüllen. Dabei kommt es dann dazu, dass sie, ja, dass sie eigentlich auch schwankend sind. Sie wollen den Job natürlich nicht aufgeben, sind aber eigentlich auf der Seite der Empfänger und sagen, eigentlich, so kann es doch nicht laufen. Und genau da ist eben das Thema Grundeinkommen immer wieder der große Block. Aber, wenn ich es eben so, wie es in der politischen Diskussion ist, von der Seite von Hartz IV heraus denke, dann ist die Frage doch berechtigt, was hat ein Grundeinkommen? Die große Frage ist, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen aus der Richtung denke, von der ich mich von Hartz IV annähe, das heißt, eigentlich ist das Argument nur, in Anführungszeichen, Bürokratieabbau, Kosteneinsparung, Effizienz. Das heißt, ich gehe eigentlich nur den Schritt ein kleines Stück weiter, sage, ja, okay, irgendwie müssen wir das hinbekommen. Deswegen bleibt natürlich auch der ganze Kontrollgedanke, von wegen, der Mensch ist schlecht, ich muss ihn überwachen, ich muss gucken, dass er das System nicht ausnutzt. Da muss ich ein System halt nur so schaffen, dass es nicht ausnutzbar ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Und das heißt, wir schieben das sozusagen einfach nur ein Stück weiter. Statt zu regeln, wie oft jemand eine Waschmaschine bekommt, und sage ich, der bekommt so und so viel im Monat und fertig. Und mache es mir aber an der Stelle zu einfach. Weil damit geht der Staat genau den Schritt weiter, der aus meiner Sicht auch in die Unfreiheit führt. Das heißt, ich hatte schon angefangen aufzutieren. Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das sind die beiden größten. Dann natürlich eben das Ganze, was in dem Sozialbereich läuft, auch wenn da keine linearen Ansprüche erworben werden, wie zum Beispiel bei einer Rentenversicherung. ist aber das Problem, ich verliere meine Freiheit zu entscheiden über meinen Arbeitsertrag. Weil das heißt, ich gehe arbeiten, ich habe irgendwo eine Beschäftigung hoffentlich gefunden, die in irgendeiner Form für die Gesellschaft wertvoll ist, werde dafür entlohnt, aber ich kann über diesen Lohn nicht entscheiden. Das heißt, mir wird grob gerechnet 50, 60 Prozent mit den ganzen Nebenkosten Minimum weggenommen. Plus, wenn ich einkaufen gehe, gehen nochmal 20 Prozent allein an den Umsatzsteuer weg. Wenn ich tanke, sieht die Rechnung noch größer aus. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass das, was ich als Arbeitsertrag erstmal direkt bekomme, bis ich den Arbeitsertrag einer anderen Person bekomme, sind da schon mal drei Viertel weggegangen an den Start. Dann müssen wir natürlich schauen, wo ich meine Funde wieder ins Trockene bekomme und ein bisschen was zurückbekomme. Aber das ist allein schon vom Gedanken eben der Freiheit her gesehen aus meiner Sicht unzumutbar. Weil die Sache ist, was bedeutet denn Freiheit? Wie definieren wir denn Freiheit? Freiheit ist doch darüber, dass ich entscheiden kann, wofür Meinungsfreiheit. Ich kann hier jetzt vor euch stehen und sagen, was mich halt bewegt und was mich stört und was ich anders sehe und was ich gerne verändern möchte. So, das ist ein Grad von Freiheit. Das andere ist, wie viel über meine Zeit kann ich verfügen? Gut, über meine Zeit kann ich relativ komplett verfügen, in dem Sinne, ich kann entscheiden, ob ich arbeite oder nicht. Aber ich habe nicht die Wahl zu sagen, naja, eigentlich, also mal angenommen, die ganzen Abgaben wäre nicht, reicht mir das Einkommen, was ich nach zwei, drei Tagen pro Woche habe und nicht nach fünf. Das heißt, ich kann eigentlich entscheiden, ich kann das halbe Jahr nicht arbeiten und meinetwegen sechs Monate arbeiten oder ich kann eine Woche arbeiten und eine Woche Pause machen, je nachdem, wie ich das möchte. Aber rein finanziell ist es nicht möglich, weil ich eben nicht die Verfügung über das Ergebnis meiner Arbeit habe. und das ist eben, ich weiß immer, dass das Wort klingt ein bisschen böse, von wegen, wenn man dann Sklaverei nimmt, da hat mir sozusagen 0% des Erwerbseinkommens gefehlt und ich bin irgendwie versorgt worden. Gut, wir haben jetzt halt eine 50% Staatsquote, mag vielleicht keine Sklaverei sein, aber die Frage ist, eben, Konfliktfreiheit und Sozialsystem. Und da ist im Endeffekt das, wo ich sozusagen mit meinem Modell komme und langsam sage, wir gehen uns nicht von der Ranzvierseite, wir sagen nicht, der Staat führt da ein neues Stigmein, klassisch, und sagt, okay, so wie die Rentenversicherung vor über 100 Jahren und jetzt bleibt das Ding. Da werden Ansprungen, die drin erworben, die können wir nicht wieder abbauen, weil wir, weil aufgrund der Struktur, aufgrund der, dass die ja dadurch finanziert wird, dass die Leute, die jetzt arbeiten, bezahlen die Renten derjenigen, die es gerade brauchen, wir haben keine Reserven, wir können sagen, okay, das System ist nicht so optimal, wir bauen das jetzt um und sagen jetzt, cut, keine Beiträge mehr, macht mit dem Zeug selber, was ihr wollt, und so. Nein, stattdessen haben wir jetzt die Doppelbelastung. Zu sagen, okay, du zahlst weiter deine 20% Rentenversicherung, aber mach mal noch 10% selber, oder wo auch immer die 10% herkommen sollen, damit wir für dich im Alter nicht mehr zahlen. Okay, sehr spannendes Phänomen. Das Problem ist nur, das in die Privatwirtschaft zu legen und zu sagen, okay, mach mal da jetzt eine Versicherung, in 40 Jahren schauen wir, was dabei rauskommt. Ja, dann haben wir das Problem der Inflation, die sowohl staatlich bedingt ist, weil die Gesetzgebung aufgrund der Inflation stattfindet, staatlich funktioniert. das heißt, das Geld, was ich mir jetzt abspare, ist in 40 Jahren nur noch die Hälfte wert. Das heißt, im Umkehrschluss, ich müsste doppelt so viel jetzt sparen, um überhaupt eine Chance zu haben, das zu decken, was ich jetzt brauche. So, aber wie soll die Rechnung überhaupt noch aufgehen? Das heißt, ich soll jetzt doppelt so viel sparen, damit ich mir sozusagen das Gleiche leisten kann, auf das ich jetzt verzichte. auch wieder eine Rechnung, die nicht wirklich irgendwo hinführen kann, in dem Sinne, dass sie irgendwo die Freiheitskarte erhöht. Weil ich kann mich jetzt einsperren lassen und dann kann ich in der Rente meine Freiheit genießen und mir nichts mehr zu essen kaufen. Deswegen ist dieses Thema, das ich mich von der Finanzseite eigentlich dem Grundeinkommen genähert habe, die ganz andere Geschichte. Das Thema ist zum Geldsystem. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu ausführen, aber im Moment ist erstmal das Grundthema. Unser Geldsystem ist heute zinstragend und es ist ein Schuldgeldsystem. Das heißt, das Geld, das im Umlauf gesetzt wird, muss vorher durch Kredit an andere Leute vergeben werden. Erst wenn Leute irgendwo einen Kredit aufgenommen haben, können sie überhaupt in irgendeiner Form Produkte konsumieren oder ein Unternehmen aufbauen. Das kann natürlich jetzt auch privatrechtlich passieren. Das heißt, hier und da gibt es Menschen, die haben schon größere Vermögen angehäuft, wo auch immer die herkommen. Das betrachten wir jetzt mal nicht. Aber trotzdem steckt da eine Zinsforderung mit drin. Und an der Stelle wird das System dann schwierig, weil aufgrund dieser ganzen Kreditsituation habe ich eben genau das Problem des Staates. Er muss es erstmal wegnehmen. Er kann es ja nicht selber schaffen. Er hat sich sozusagen die Möglichkeit genommen, selber in die Währung um den Umlauf zu setzen, so wie es vielleicht Könige früher mit dem Münzprägelrecht hatten und ähnlichen, hat er sich diese Möglichkeit per Gesetzgebung genommen. Auch wieder darum, nicht zu beleuchten, warum das so passiert ist, weil da gibt es zu viele spekulative Sachen. Das ist einfach eine fortlaufende Entwicklung und es gab das Bedürfnis einer möglichst stabilen Währung, die man meinte, mit dieser Gesetzgebung erreichen zu können. Gerade in Deutschland, nach den mehreren Inflationsgeschichten hat man das so verankert. Aber das System dieses Geldtragenden oder Zinstragenden Geldes ist ja schon sozusagen länger etabliert. Einfach seit des Merkantilismus, seitdem es große Handlungsunternehmen gibt und seitdem dann vom Handel sozusagen in den Kapitalismus in die Großinvestition gegangen wurde, braucht man einfach eine verlässliche Recheneinheit. Und dadurch kommen diese ganzen Konstrukte zustande. Und jetzt ist eben genau die Sache, wo ich mit dem Modell der Parallelenwährung ein Grundeinkommen aufziehe. Das heißt, ich löse die Fesseln des jetzigen Geldes, sage Kreditgeld, nein, nicht mehr, sondern wir machen ein Geld, das im Endeffekt genau über dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen sozusagen im Umlauf gesetzt wird. Das bedeutet nicht der Staat, weil der Staat ist mir an der Stelle auch wieder ein zu gefährlicher Garant im Sinne der politischen Meinung, im Sinne der Möglichkeiten, für jede Bundestagswahl da irgendwelche Strippen, irgendwelche Sachen zu versprechen und dann das Grundeinkommen oder vielmehr auch das Geld so schnell zu entwerten oder zu zerstören, dass es nicht den Sinn der Gemeinschaft erfüllen wird. Weil da ist auch der Punkt, diese ganzen Sozialleistungen, diese ganzen Transfers, der Staat, der durchführt, passieren zwar im Hinblick über und durch den Staat, aber sie kommen nicht vom Staat. Das heißt, alles, was ich als Person, wenn ich ein entweder persönliches Bedeutnis habe oder wenn ich auch der Hilfe angewiesen bin, erreiche ich alles nur aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist, denke ich, das auch für mich ein Punkt, was aus meiner Sicht immer wieder zu kurz kommt im Denken, weil, ja, der Staat macht schon und der Staat sorgt für mich. Nein, das tut er genau nicht. Der Staat wird keinen Cent für dich sorgen, weil er überhaupt nichts tut. Tun tun die Menschen im Staat. Die Menschen können den Staat bilden, sie können der Staat sein, sie können ihn ausfüllen oder sie können ihn genauso hinten rumfallen lassen und sagen, okay, wir, die Gesellschaft, sorgen für uns selber. Wir brauchen diese ganzen Strukturen in dem Umfang nicht und wollen das auch so nicht mehr. Aber eben, die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und deswegen das Thema, diese parallele Währung privatrechtlich zu verankern, das heißt, ihre Annahme ist freiwillig. Es ist leider dann kein gesetzliches Zahlungsmittel, das heißt, ich habe keinen Anspruch darauf, sie zu nutzen, aber ich kann sagen, ich bekomme das Grundeinkommen und ich bin überhaupt erst mal dafür. Weil das ist ja auf dem Punkt eben das Thema der Freiheit. Kann ich mich dafür oder dagegen entscheiden? Kann ich mich, wenn ich heute Rentenversicherungspflichtiger Angestellter bin, kann ich sagen, ach du, ich soll doch selber vorsorgen, lass mich da mal draus, ich nehme die 20% in meine Tasche und sage dann in der Rente ist okay. Ja, funktioniert nicht. Gibt es, glaube ich, wenig Möglichkeiten als abhängig Beschäftiger wirklich da auszusteigen? Und da ist dann der Punkt zu sagen, für das Grundeinkommen, wenn wir dieses System in unserer Gesellschaft etablieren wollen, dann können wir nicht sagen, okay, wir schaffen jetzt diese gleiche Struktur, werden dann aber wahrscheinlich erst mal 100% der Einnahmen vereinnahmen müssen und dann verteilen wir es auf alle Köpfe gleich. Weil, wie gesagt, wir sind heute schon bei der Schwarzfoto von 50 bis 75% locker mal von meinem Arbeitsertrag zu dem anderen Arbeitsertrag, bis ich etwas bezogen habe. und deswegen ist es die Notwendigkeit auch, das Parallelen wirklich halten zu können, zu sagen, der Euro wird weiterhin so existieren, das bestehende System wird, soweit es sich stabilisieren und erhalten kann, weiterlaufen und parallel eben diese Zweitwährung wird eingerichtet und, wie gesagt, das Grundeinkommen in einer nominellen Höhe von, retten wir einfach mal mit 1000 Euro als Maximalbeitrag würde dann ausgezahlt werden und jeder konnte damit konsumieren gehen. Das heißt, ich drehe da sogar den Blick in der Gesellschaft um. Wenn ich heute ein Hartz IV habe, zu sagen, ich muss dich kontrollieren, ich muss dich überwachen, ich misstraue dir und ich muss dieses Geld erst jemandem wegnehmen, bevor ich es dir geben kann, drehe ich das sozusagen mit dem Parallelwährungsgedanken komplett um. Das heißt, ich schaffe das Geld, sage hier, ich vertraue dir, du bist Mitglied dieser Gesellschaft, ich nehme noch niemandem etwas weg und sage, egal was du tust, ich vertraue dir, dass du auch einen nutzen oder auch nicht mal nutzen, weil das ist schon fast wieder so ein zu großer Anspruch zu sagen, dass du auf jeden Fall der Gesellschaft nicht schaden würdest, weil du profitierst ja von ihr. Allein das ist das Minimum sozusagen der Gemeinschaft auch, ein Mindestkonsens, der notwendig ist, um auch das Bild umzudringen. Das heißt, ich vertraue meinen Nachbarn, weil ich weiß, es gehört zur gleichen Gesellschaft, er lebt in dem gleichen Land, in dem gleichen Ort, in der gleichen Stadt und deswegen verbindet uns etwas. Und nicht das Trennende, im Endeffekt, was der Staat macht, ich nehme hier und gebe da und dadurch sozusagen eigentlich einen Haufen Freunden aufmache, da kämpft Jung gegen Alter, kämpfen geschiedene Kinder gegen verheiratete Kinder und so weiter, war ja auch mit dem Unhaltsrecht, was da neu geklärt wurde und, und, und. Also der Staat macht eigentlich einen Haufen Fronten auf, wo er sagt, naja, ich nehme von dir und gebe dir. Je nachdem, wie halt die Parteien gerade zusammenpassen, farblich, kann sich das halt sehr schnell ändern. Und, damit haben wir sozusagen sowohl im Staat, als auch in der Gesellschaft, als auch im Wirtschaftsunternehmen immer diese Konkurrenzsituation. Das heißt, ich muss immer schauen, wie ich über die Runden komme und muss möglichst andere dabei ausboten. Das Thema des gemeinschaftlichen Wirkens, was es an vielen Kleingruppen gibt, es gibt sozusagen viele kleine Oasen und Inseln, wo die Leute einfach zu merken, das füllt mich nicht aus, dieser Konkurrenzkampf ist, es erfüllt mich nicht, sondern ich möchte mit den Menschen eine Gemeinschaft haben. Und eine Gemeinschaft basiert eben auch daran, dass ich vertraue, dass ich gemeinsam arbeite. Und dann eben, um zurückzukommen auf dieses Bild, also diese parallele Währung wird ausgeschüttet und ist sozusagen auch freiwillig beziehbar. Das heißt, die Person, die das macht, entscheidet sich dafür, ich möchte dieses Grundeinkommen haben, privatrechtlich, und habe aber die Option, auch zu sagen, nein, ich halte eben dieses Gedankenbild für schlecht, weil ich davon überzeugt bin, ein Mensch, der nur auf der farten Haut liegt, das bringt nichts und unsere Gesellschaft wird zusammenbrechen, weil keiner mehr Güter produziert, weil keiner mehr einen Anreiz hat, irgendetwas zu tun, wenn es dieses Grundeinkommen gibt. Dazu sei aber angemerkt, das Grundeinkommen ist ja nur eine Basis. Wer mit 1000 Euro im Monat zufrieden ist und zurechtkommt, gut, wer will ihm verbieten, mehr zu brauchen? Oder wer will es ihm, ja, wer will ihm befehlen, mehr zu brauchen? Aber auf der anderen Seite, jeder kann immer noch arbeiten gehen. Und dann sogar mehr von seiner Arbeit haben, als vielleicht heute. Weil wenn ich die Staatsquote, wenn ich die ganzen Sozialsysteme sozusagen rauskoppeln kann und sagen, die sind so nicht mehr nötig, es ist an anderer Stelle für gesorgt, kann ich sagen, du hast 80, 90 Prozent deines Einwandseinkommens, was du erwirtschaftest, bekommst du in deine Tasche. Das heißt, der Anreiz zur Arbeit ist sogar noch größer, aber die Notwendigkeit dafür ist um einiges geringer. Das heißt, wir können auch dann selber entscheiden, die Frage ist, wenn heute jemand bei EADS arbeitet, Militärhubschrauber baut, kann er wirklich von sich überzeugt sein, dass ihm diese Arbeit sinnvoll und notwendig erscheint, oder muss er sich davon distanzieren, muss er sich davon entfremden und sagen, ich tue das hier, weil ich Geld brauche. Und was ist das für ein Gefühl, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, hinter der ich inhaltlich, hinter der ich innerlich, wenn ich mich damit wirklich auseinandersetzen würde, nicht stehen kann. Und das ist, ja, es ist, wie gesagt, es sind viele Aspekte, die in diesem Grundeinkommen sich vereinigen, aber eben auch nur dann, aus meiner Sicht, wenn ich es von dem Staat lösen kann und sagen kann, ich öffne den Freiheitsrat. Weil wenn ich es umgekehrt mache, wenn ich im Endeffekt angenommen Arbeitseinkommen und so weiter bin, die ganzen Sozialabgaben weiterhin drin und der Staat schickt das wiederum in die Arbeitseinkommen. Dann habe ich das Problem, der Staat hängt genauso an den Arbeitsplätzen wie jeder andere heute auch. Das heißt, das Individuum, beziehungsweise wir, ein ganzes als Gesellschaft, können auf keinen Arbeitsplatz verzichten, weil es ja unsere heutige einzige Möglichkeit ist, überhaupt den Anspruch auf das, was in der Gesellschaft geschaffen wird, in der Wirtschaft erzeugt wird, zu bekommen. Weil der Staat kann es ja nur wegnehmen. Er kann ja nur sagen, okay, du hast jetzt so und so viel erzeugt, davon nehme ich es erst weg und gebe es anderen. Weil er ist ja nicht in der Lage zu sagen, einen anderen Verteilungsschlüssel, einen anderen Verteilungsmechanismus. Und deswegen, zurück zum Grundeinkommen, das Thema ist, ich habe gesagt, es wird erst mal am Anfang kein Geld rausgezogen. Aber natürlich muss es irgendwo einen Kreislauf geben. Es muss irgendwo, muss sich der Kreis schließen, weil nur Geld drucken, würde am Ende in einer vollkommenen Beliebigkeit enden. Das heißt, der Schlüssel dazu ist, die Parallelwährung ist mit einer sogenannten Umlaufsicherungsgebühr ausgestattet. Das heißt, ich hatte ja vorher das Thema Zins angesprochen, unsere heutige Währung trägt auf jeden Fall einen positiven Zins. Das heißt, normalerweise wird sie nichts verdient, wenn der Zins null ist oder mal angenommen, er würde sogar drunter liegen, was ja aktuell, soweit ich weiß, die EZB hat. Die hat ja einen formalen Zins von minus 0,12 oder so. Aber das ist wieder etwas, was nur innerhalb der Banken ist. Also wenn ich draußen auf den Markt gehe und ich hatte letztens gesehen, bei meiner Bank Überziehungskredit, unvereinbar und so weiter, 12% sind. Der aktuelle Verzinsung von Guthaben liegt bei irgendwas 1,5. Aber wenn ich Schulden mache, darf ich 12% dafür zahlen. Mit welchem Anspruch auch immer. Und da kann ich sozusagen ganz passend jetzt, gerade mit den 12%, die Umlaufsicherungsgebühr in dieser Parallelwährung beträgt minus 12% Zins im Jahr. Das heißt, wenn ich 100 Euro ein Jahr auf meinem Girokonto liegen lasse, nichts damit anstelle, habe ich am Ende des Jahres 12 Euro weniger. Dann habe ich nur noch 88 Euro auf dem Konto. Aber okay, was wäre da eventuell schlimm? Weil ich habe es ein Jahr auf dem Konto liegen lassen. Ich habe anscheinend nichts mitgemacht. Ich habe gar nichts gebraucht. Und so funktioniert sozusagen das gesamte Geld des Grundeinkommens. Das heißt, es wird ausgegeben an die Menschen, die das größte Bedürfnis haben. Der Mensch direkt, so wie heute ein H2-Empfänger oder ein Arbeitslosengeldempfänger oder jemand, der eben keine andere Einnahmequelle hat, der wird eigentlich sofort loslaufen und sagen, okay, ich zahle meine Miete, ich gehe erst mal jetzt am Montag wieder einkaufen und habe erst mal in Küchern wieder für eine Woche voll. Also, er wird sozusagen kein Problem damit haben, wenn das Geld besteuert wird, was auf dem Girokonto liegt, weil das Girokonto wird am Monatsende eventuell eh bei Null liegen. Das heißt, er trägt die Last nicht. Aber wer trägt jetzt die Last? Und die Frage ist natürlich nachher nach der Ferien ist, weil das Geld geht jetzt weiter zum Unternehmer. Der Unternehmer hat ihm die Warendienstleistungen oder der Vermieter, der Eigentümer hat jetzt die Wohnung bereitgestellt und jetzt liegt das Geld bei ihm. Wenn er es nicht ausgibt, muss er die Gebühr zahlen. Das heißt, er trägt dann die Last des Grundeinkommens. Die Frage ist nur, wie schwer oder wie groß sind die Schultern? Das heißt, ein Unternehmer, der so viele Angestellte hat, dass er im Endeffekt monatlich das Einkommen von vielleicht 2.000 Euro noch haben, wenn er überbleibt und der ganze Lieferanten im Untergrund bezahlt hat. Naja, bei 2.000 Euro, die er sozusagen auf dem Girokonto dann noch liegen hat, zahlt er für einen Monat 1%. Das heißt, es werden 20 Euro. Das ist auch nicht so viel. Das heißt, auch dort würde die wirkliche Last, die auch selber heute mit Gemeindeabgaben von den Steuerabgaben und so weiter. Auch die würden den Unternehmer wahrscheinlich in erster Linie erstmal entlasten. Aber jetzt komme ich zu dem nächsten Schritt. Oder im Endeffekt die größeren Unternehmen, Aktiengesellschaften, ich war ja vorhin kurz bei dem Hedgefondsmanager, der die Dividenden fordert. So, mal angenommen, wir gehen jetzt auf die Stufe, das heißt, da steckt Geld, das Unternehmen muss seine Schulden zurückzahlen oder seine Schulden beziehungsweise zahlt seine Dividenden als Ausgleich an den Aktionär, an den Hedgefondsmanager. So, jetzt liegt bei dem Hedgefondsmanager plötzlich 10 Millionen Dividendenerträge rum. Wenn der das da einen Monat wiegen lässt, dann wird das dann richtig teuer. Weil ein Prozent von 10 Millionen hat er schon mal 100.000 Minus. Allein für einen Monat. Lässt er das das ganze Jahr rumliegen, wird er von seinem Anleger wahrscheinlich ziemlich nahe auf den Deckel kriegen. Leute, die heute diese Finanzvermögen haben. Weil es hat sich in einem System entwickelt, das wir so geschaffen haben oder zumindest zugelassen haben, dass es so funktioniert. Und jetzt können wir halt entscheiden zu sagen, okay, wir führen jetzt aber neue Spielregeln ein. Das Problem ist, wenn man bei neuen Spielregeln ist, ich muss auch ein neues Spiel aufmachen. Und das tue ich sozusagen wiederum parallel mit dem Grundeinkommen. Das heißt, ich lasse das alte System weiterlaufen und sage dazu, okay, hier ist das Monopoli-Spiel und hier ist, ich glaube, Insel von Yucatan oder sowas. Also ein anderes Spiel, was mit etwas anderem Fokus arbeitet. was sagt, okay, es ist erstmal wichtig, die Menschen zu versorgen und wir als Gesellschaft geben uns einen Schlüssel, nach dem wir sagen, ich habe vor kurzem, als wir diese Sprache gehört, ich glaube, das war jetzt zwar von Lenin oder so, aber jeder nach seinen Bedürfnissen aber arbeiten jeder nach seinen Möglichkeiten. Das ist im Endeffekt vom Gedanken her, auch wenn ich mich mit den Sachen, was da in der Sowjetunion und so weiter passiert hat, das ist nicht der Punkt. Aber im Endeffekt der Ansatz zu sagen, jeder in der Gesellschaft bekommt erstmal das, was eben notwendig ist. Alles darüber hinaus bekommt er die Verantwortung, zu uns selber zu besorgen. Weil das ist eben auch, weil das hatte ich ja auch, mit Verantwortung. Die Verantwortung ist nicht nur jeder für jeden, sondern vor allen Dingen jeder für sich selbst. Das heißt, wenn ich sage, dein Kühlschrank ist voll, deine Wohnung ist warm, was dann wäre zum Schlafen und das regle ich rein. Was muss ich denn noch tun? Was ist die Verantwortung der Gesellschaft weiterhin für diese Person? Wenn diese Sachen abgedeckt sind, warum muss ich dann dafür sorgen, zu sagen, du, als Vater, bleibst zwei Monate bei deinem Kind zu Hause. Mit welchem Anrecht gehe ich da rein, ja, ich weiß, es ist heute kein Muss, aber der Staat mischt sich da ein. Der Staat sagt, naja, ich gebe dir einen Bonus, wenn du das nicht so verhältst. Ich zahle dir zwei Monate Geld, wenn du als Vater 200 Jahre bist. Es ist, mit welchem Recht, mit welchem Recht bevorzuge oder benachteilige ich im Umkehrschluss im Endeffekt bestimmte Lebensentwürfe. Thema Freiheit. Das ist immer wieder der Aspekt. Der Staat hat sich nicht in Sachen einzumischen, die der persönliche Lebensfähigkeit entsprechen. und so sehr es natürlich auch bestimmten politischen Richtungen gefällt. Das ist sozusagen eher sogar die sozialistische Strömung in, ja, eigentlich wiederum in Deutschland, die überall bis in die Familie hinein regieren möchte. Das ist ein großes Thema, was zum Beispiel auch erst im Steuerrecht, der schon ewig verankert ist, das Ehegarten-Thema. Also im Endeffekt die Bevorzugung von wirklich verheirateten Personen im Steuerrecht. Das mag, was wir heute im Gesicht prunken und so weiter, ist natürlich nett, zumindest irgendwo ein bisschen Geld zurückzubekommen oder zumindest weniger Geld vom Staat abgezogen bekommen, aber trotzdem ist es eine Entscheidungsbasis, mit welcher ethischen Grundlage. Weil rechtlich ist das natürlich alles abgesichert, ist ja klar. Aber die Frage ist, wo möchte ich frei sein und wo möchte ich Verantwortung haben und Verantwortung bekommen. Weil es ist immer eine zweigleisige Sache. Die Sache ist, wenn ich bereit bin, meine Verantwortung abzugeben, wird sie mir auch abgenommen werden. So wie ich in der Lage bin, meine Stimme nicht zu äußern, wird sich Kanada daran stören, wenn ich schweige. Weil, was wir im Endeffekt auch in der Bundestagswahl wieder erleben werden, ist das Thema, wie sich die Parteien dann am Ende der Wahl hinstellen und für die 30 oder vielleicht 40 Prozent der Nichtwähler meinen sprechen zu dürfen. Und das ist eine Anmaßung im Endeffekt, die eigentlich dem demokratischen Grundgedanken absolut widerspricht. Weil ich darf für die entscheiden oder ich darf zumindest für diejenigen mitentscheiden, die mich tatsächlich damit beauftragt haben. Wobei die Frage und Form der Beauftragung nochmal in Zweifel zu ziehen wäre. Aber eben, wie gesagt, das sind alles jetzt nur Seiten, Strahleffekte und so weiter zu sagen, es hat an vielen Punkten Auswirkungen und viele Sachen laufen damit zusammen, warum wir die Situation haben, die heute ist, warum die Situation erhalten wird, wie sie heute ist, aber eben, wo ich den Hebel ansetze, um zu sagen, jetzt lasst uns hier mal was Neues aufbauen, jetzt lasst uns hier beginnen, mit zumindest einem neuen Grundgedanken. Einen neuen Grundgedanken, der wirklich Gemeinschaft ohne Staat zumindest denkt, also dass nicht der Staat die Gemeinschaft als Deutschland herstellt, sondern dass wir uns als Würzburg, also ich bin selber kein gebürtiger Würzburg und wohnen zur Zeit auch gar nicht hier, aber dass im Endeffekt diese Gruppen der Gemeinschaften erstmal auch wieder auf kleiner Ebene in dem Sinne heilen können, dass sie eine Verbindung untereinander führen. Dass sie nicht meinen, oh, der ist böse, der ist schlecht, der nutzt den Staat aus und der wegen dem muss so Steuern zahlen und, 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 und. Einfach diese ganzen Sachen irgendwie, naja, loszulassen, loszulassen, man kann nicht wirklich loslassen, aber man kann zumindest aufhören mit diesen Gedankengängen, die ja auch in Zeitungen und Medien immer wieder vorgestellt werden, von, ich weiß noch, das ist vor Jahren, wo es gerade auch wieder um das Hartz IV ging, der irgendwie Hartz-IV-Empfänger in der Hängematte auf Mallorca oder sowas, da wird eine Einzelperson sowas durch die Medien gezogen und thematisiert, nur um dann am Ende, ich glaube, es hat sogar die Auswirkung gab, dass man dieses Grundeinkommen nur auf deutschem Boden bekommen kann. Das heißt, wenn ich im Ausland bin, steht mir diese Leistung nicht mehr zu, obwohl ich immer noch deutsche Staatsbürger bin. Das heißt, ich habe nicht mehr als sozusagen Grundeinkommensbezieher nach heutigem Recht die freie Wahl des Wohnorts. Es ist ein verbrieftes Grundrecht der Menschenrechte, also der Menschenrechte beziehungsweise unseres Grundgesetzes, aber wenn ich dieses Geld will, wenn ich diese Grundsicherung für mich möchte, darf ich dieses Recht aufgeben? Wie gesagt, das ist nur ein Aspekt unter vielen, die ich einfach dabei ansprechen möchte. Ja, ich habe jetzt ziemlich viele Themen soweit angeschnitten. Vielleicht nochmal zurück, gibt es Fragen zu dem Thema mit der Parallelgänge, mit der Umlaufsicherung. Ist das irgendwie bekannt, wie dieser Mechanismus funktioniert? Also ist da einfach eben das Geld, wenn ich nichts damit mache, sich ganz automatisch wieder verringert und damit sozusagen Vermögen nicht ohne weiteres in den Himmel wachsen? Ich hätte schon viele Fragen dazu, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Also das wäre dann eine kleine Diskussion. Ich denke, also alles, was sich daran hindert, das, was jetzt kommt, noch zu verstehen, sollte gefragt werden. Genau, also gibt es irgendwo Verständnisfragen? Verstanden habe ich bisher. Ja, ich bin ja ein bisschen später gekommen und ich habe mich jetzt auch noch nicht so intensiv wie manch anderer mit dem Thema beschäftigt. Ich habe also nur in grob eine Vorstellung, was das ist. Und ich habe mal eine grundlegende Frage, was vielleicht als Voraussetzung für das weitere Verständnis gelten könnte. Was fiele denn dadurch weg, dass jemand sagt, okay, ich möchte diese Parallelwährung in Anspruch nehmen? Also da ist es so, ich habe früher beziehungsweise das erste Modellentwurf mit der Parallelwährung und war natürlich einfach, es vom Staat aus zu machen. Das wäre dann recht einfach gewesen, weil dann hätte der Staat durch diese Umstellung trotzdem dafür sorgen können, dass er im Endeffekt die Rentenversicherung und die ganzen Sozialversicherungen einfach auf das Grundeinkommen beziehungsweise auf die Währung umstellt. Das neue oder das im Endeffekt jetzige Ziel ist ja, wie ich gesagt habe, es privatrechtlich zu machen. Das heißt, es wird komplett in der Gesellschaft begründet das heißt, es würde erst mal gar keine Sozialleistung vom Staat geben. Es würde gar keine Änderung im staatlichen Konstrukt stattfinden, weil dazu einfach die Rechtsbasis nicht da ist. Weil dazu, weil staatliche Änderungen oder Änderungen in diesen staatlichen Systemen brauchen 50-prozentige oder sogar zwei Dritte-Mehrheiten innerhalb des politischen Organen. Die sind einfach illusorisch. Das Thema Grundeinkommen wird seit 25, mindestens 25 Jahren in irgendeiner Form in den politischen Parteien sogar diskutiert. Die Grünen sind, glaube ich, schon seit ihrer Gründung damit beschäftigt. Aber was ist seitdem passiert? Das heißt, die wirklichen Mehrheiten noch dazu, zu einem etwas mehr visionäreren Entwurf als wirklich nur die Fortführung eines Hartz IV und Entbürokratisierung und irgendwelche Vereinfachungen, bedeutet an der Stelle, wir machen das auf der privatwirtschaftlichen Ebene in dem Rahmen, der rechtlich heute möglich ist. Es gibt da bestimmte durch EU-Gesetzgebungen und ähnliches, dass es überhaupt dieses Recht auf parallele Währungen gibt. Da muss ich auch dazu sagen, das Thema Regionalwährungen, wie es ja sehr viele in Deutschland gibt, die teilweise direkt oder indirekt direkt mit dem Euro verkoppelt sind, die sind eigentlich, soweit ich das weiß, nach Gesetzeslage eigentlich unzulässig. Das heißt, sie sind, sie haben keine Rechtsbasis, sie wirklich in der Form ausführen zu dürfen. Aber da bin ich selber noch dabei, mich einzulesen und die genauen Gründe, die kann ich jetzt noch nicht nachlesen, aber es gibt eine Diplomarbeit dazu, mit der ich mich da beschäftige, beziehungsweise eine Doktorarbeit, die das tiefer untersucht hat, wie die wirkliche Rechtssituation ist und wie sich diese Regionalwährung darzustellen. Aber eben diese Möglichkeit, eine Parallelwährung, ähnlicher Struktur eigentlich, wie es heute Payment gibt, wie es heute Meils & Moor gibt, das sind sozusagen Strukturen, wenn die jetzt noch von dem Euro entkoppelt wären, was sie ja nicht sind, weil die haben ja direkte Umrechnungsfaktoren zum Euro, aber dieses Umlauf, mal angenommen, ich hole jetzt meine Payback-Karte raus, kriege in Payback-Punkten sozusagen jeden Monat meine 1000 Euro gutgeschrieben und kann dann mit dir um einkaufen gehen. Das Einzige, was notwendig ist, ich darf keine Euros in Payback tauschen und kann Payback in Euros direkt tauschen, dann ist sozusagen, soweit ich das bisher weiß, ist dieser rechtliche Rahmen zulässig. Das heißt, so eine Währung, so eine Parallelwährung wäre in Deutschland möglich, auf elektronischer Basis zum Beispiel und ja, wie gesagt, es würde sich auf meinem Start nichts ändern. Ich hatte jetzt diese Woche auch eine spannende Diskussion schon dazu, aber natürlich ist die Frage, wenn so eine Währung wirklich erfolgreich ist, wenn ich natürlich mit so einem Grundeinkommen viele Leute erreiche und viele Unternehmen mitmachen, weil natürlich müssen die Unternehmen erstmal ihre Waren dafür hergeben, im Privatrechtlichen müssen sie sich freiwillig dafür entscheiden, wenn das genug machen, dann ist natürlich die Frage, wie kriegt der Staat seine Einnahmen finanziert? Weil die Unternehmen werden ab einer bestimmten Stufe Schwierigkeiten haben, alle Abgaben in Euro zu leisten. Wenn der Staat nachher an den Rand der Möglichkeiten kommt, im Eurosystem verbleiben, seine sozialen Versprechen zu erfüllen, weil nichts anderes sind ja diese ganzen Sozialsysteme, das heißt, dann ist die Frage, dann muss sie tatsächlich größer gestellt werden. Weil wenn, also mal angenommen, er geht jetzt nicht einfach rigide vor und verbietet eben diese ganze Parallelwärm, dieses ganze Grundeinkommen und sagt, nee, also privatrechtlich lasse ich nicht zu, dass hier in Deutschland ein Grundeinkommen existiert, gut, dann ist das eine Antwortmöglichkeit. Ist immer die Frage, ob das Grundeinkommen schneller groß wird, bevor der Staat gegenzieht. Die andere Option, die ich dann eher präferieren würde, ist zu sagen, okay, wenn der Staat dann irgendwann in die Enge kommt und entscheiden muss, handeln muss, dann ist die Option zu sagen, wir entscheiden gesellschaftlich und die Ansprüche, die jetzt direkt bezifferbar sind, im Sinne von Rentensversicherung, also Rente kann ich beziffern, wie hoch ist mein Anspruch, mein monatlicher, und eine Arbeitslosenversicherung, soweit sie halt dann notwendig ist, wie hoch ist mein Anspruch, den ich da für zwölf Monate im Endeffekt habe. Alles andere ist ja Grundeinkommen, alles andere ist ja im Endeffekt übers Grundeinkommen dann gleichwertig abgedeckt. Würde bedeuten, wir entscheiden uns zu sagen, okay, wir geben diese Ansprüche in die Parallelwährung. dadurch, dass es ja eine Währung ist, die sozusagen auch so nichts schützen kann und in beliebiger Form verteilen kann, das ist ja kein Problem, die Renten darauf umzustellen. Aber ich brauche dann die Rechtsentscheidung der Menschen dazu. Weil das ist, das eine privatrechtlich zu organisieren, aber dann im Privatrecht sozusagen eigentlich einen staatsrechtlichen Anspruch zu überführen. da muss ich eigentlich ja, ich weiß noch nicht wie sozusagen die Verträge dazu aussehen würden. Eine private Organisation, die sich mit dem Staat verpflichtet, sozusagen alle Rentenansprüche des Staates zu übernehmen, sofern sich sozusagen die Rentner im Einzelfall auch wiederum dafür entscheiden. Das heißt, der Rentner sagt dann, okay, ich sehe im Endeffekt, ist natürlich die Frage dann, wie hoch ist seine Entscheidungsmöglichkeit, weil er kann sagen, okay, ich lasse es weiterlaufen, der Staat kann es mir nicht mehr zahlen, oder er muss die Händen halt zusammenstellen, das heißt, der Staat muss sagen, zahlen wir noch die Hälfte Rente, oder er sagt dann, okay, ich bekomme die gleiche nominale Menge in Euro in der Parallelwertung. Diese Option gibt es dann, also gehe ich davon aus, weil wir sind ja in einem Rechtsstaat und wir haben auch noch freies Vertragsrecht. Wie gesagt, das große Thema wird, wie stellt sich der Staat dazu? Die Frage ist, wer ist der Staat zu dem Zeitpunkt? Das heißt, entscheiden das ein paar Politiker, oder entscheidet das die Menschen, die dann, also im Endeffekt, gehen wir mal davon aus, dass die Menschen bereits zu 20 oder 30 Prozent an diesem Grundeinkommen teilnehmen würden. Dann werden diese 30 Prozent wohl kaum zulassen, dass es verboten wird, hoffe ich jedenfalls, dass sie das dann nicht einfach hinnehmen. Und wenn sich aber 30 Prozent dieser Menschen dann sagen, naja, also ich will jetzt hier das in eine bestimmte Richtung haben und sagen, wir wickeln das jetzt sozusagen ab in dieses Grundeinkommen, in diese Parallelwährung, dann gehe ich davon aus, da wird sich der Staat, der sozusagen die anderen 70 Prozent sind, trotzdem nicht so viel Bedehung dagegen stellen kann. Aber wie gesagt, das sind alles Hoffnungen und natürlich auch Wünsche, dass das alles in einem kontrollierten menschlichen Rahmen bleibt, aber wissen kann ich es nicht. Also ich denke mir, wenn zum Beispiel der Kubsch, kennst du? Wenn der Kubsch jetzt die Möglichkeit bietet, dass man seine Waren entweder in Euro kaufen kann oder in der Parallelwährung und es kaufen wirklich viele Leute die Waren zu der Parallelwährung, dann ist es ja nach dem, was du bisher gesagt hast, für den Kubsch ein Einkommen, das er nicht versteuern müsste. In der Parallelwährung. Es ist ein Einkommen in der Parallelwährung, aber steuerrechtlich befreie ich ihn davon nichts. Das heißt, das ist eben umgekehrt genau die Schwierigkeit. Was ist dann damit gewonnen? Ja, eben. Weil das Finanzamt sagt, das ist ein geldwertiger Vorteil. Ja, ja. Das wird genauso versteuert, als wenn es der Kubsch in Euro angenommen hätte. Das Finanzamt wird sich da hinstellen und wird genau das tun. Deswegen werden die Unternehmen auch für einen Kubsch am Anfang sagen, du kannst nicht beliebige Summen in der Parallelwährung machen. Deswegen ist im Endeffekt die Grenze, wie schnell dieses Grundeinkommen auch ansteigen kann, wie schnell das eingeführt werden kann. Ich sage vielleicht noch was dazu, wie diese Einführung stufenweise eigentlich stattfinden soll. Kann ich auf einen Schlag mit 1000 Euro pro Person stattfinden? Weil ich habe nicht so viele Unternehmen, die bereit sind, so viele Güter rauszuholen. Weil was nützt es dir, wenn sozusagen eine Parallelwährung im Wert von 1000 Euro auf einem Konto liegt, du aber nur 5 Euro im Monat eigentlich sozusagen unter die Leute bringen kannst. Weil nur der Bäcker dir ein paar Semmeln dafür verkauft. Das heißt, das ist die Schwierigkeit, das Ganze privatrechtlich einzuführen. Das heißt, ich brauche erst die Unternehmen, die garantieren, so und so viel Umsatz im Monat kann ich in dieser Parallelwährung leisten. Und da ist nämlich schon der Punkt. Wie viel Prozent können Sie in dieser Parallelwährung leisten? Weil Sie müssen 20% Umsatzsteuer, also ich rechne jetzt einfach mal pauschal, also wenn Sie jetzt 100 Euro in der Parallelwährung Umsatz machen, müssen Sie 20 Euro in Euro an den Start erfüllen. Allein von Ihrem Umsatz her. Das heißt, Sie müssen sozusagen diese Diskrepanz mit den Euro-Umsätzen immer noch tragen können. Das heißt, die Unternehmensgewinne für ein solches Unternehmen werden Sie sehr schnell in die Parallelwährung verlagern, weil die Euros fließen eigentlich alle zum Start. Ziemlich schnell. Also dieser Strom ist und da ist im Endeffekt die Sache, an der es nämlich schnell schwierig wird. Weil entweder wird der Staat irgendwann anfangen, das ist noch die Sache, wo ich dann für die Kommunen am Suchen bin, inwieweit sind die Kommunen verpflichtet, Steuern in Euro einzunehmen. Sie haben zwar, weißt du was dazu? Okay. Also im Endeffekt ist zum Beispiel die Gewerbesteuer die Frage, inwieweit die Kommune entscheiden kann, zu sagen, ich bin bereit, diese Steuer in Parallelwährung zahlen zu lassen. Das wäre sozusagen der Türöffner, wie es für Unternehmen attraktiver werden kann, diese Währung umzunehmen. Sonst bleibt es natürlich erstmal nur im kleinen Teil, so viel sie eben leisten können. Und in letzter Konsequenz heißt es aber, je größer die Unternehmen werden, die das trotzdem mitmachen, den Staat unter Druck zu setzen, zu sagen, du, ich habe hier aber Umsätze und ich, wie gesagt, der Staat kann auch nicht komplett frei entscheiden, sondern muss sich den Gegebenheiten stellen. Und, also, um es kurz zu machen, die Unternehmen müssen an die Hand genommen werden, dass sie sich mit den Umsätzen in der Parallelwährung nicht übernehmen am Anfang, sondern dass das stufenweise aufgebaut wird. Wenn das stufenweise aufgebaut ist, haben sie die Möglichkeit, diese Einnahmen im Endeffekt einfach in den Staat umzubieten. Weil der Staat, eben, stark wird, auf die Einnahmen nicht verzichten können. Egal, ob sie dann in Parallel oder nicht. Aber da rechnen wir, reden wir von den größten Orten, reden wir von mehreren Millionen Menschen, die in diesem System bereits teilhaben müssen und von mehreren Milliarden Umsatz in diesem Parallelsystem stattfinden müssen. Zu dieser stufenweisen Einführung. Also meine Vorstellung ist so, dass am Anfang dieses Grundeinkommen, das ist noch nicht wirklich in der Höhe des Grundeinkommens, fängt mit 100 Euro im Monat an. Und dann geht es im Endeffekt auch parallel damit, steigt es damit an, wie viele Leute mitmachen. Das heißt, bezogen, wenn 80 Millionen sagen, ja, ich will Grundeinkommen, ich bin dafür bereit, ich bin okay, kriegt jeder 100.000 Euro. Und so fangen wir an, ab 4 Millionen steigt es sozusagen mit, weil 4 Millionen wäre die Grenze um 100 Euro von diesen 1.000 zu bekommen. Und so wird dann die Rechnung immer weiter. Das heißt, wenn sich 40 Millionen entscheiden, dann haben wir 500 und wenn 80 Millionen im Jahr gesagt, dann haben wir 1.000. Also ich habe ein paar Sachen, die ich jetzt leider fragen muss. Und zwar, wie ist das denn zum Beispiel, wenn jetzt jemand sein normales Gehalt hat und dann das Grundeinkommen beantragen würde, würde er das zusätzlich weiterbekommen, sein normales Gehalt, was er durch Anstellung bisher erhalten hätte in der anderen, also in der anderen Währung. Das ist zum Beispiel sehr spannend für Unternehmen, gleich am Anfang, um sozusagen einen kurzen Kreislauf hinzubekommen, weil eventuell sind ja die Dienstleister noch nicht bereit, diese Währung zu bekommen. Das heißt, das Unternehmen zahlt erstmal seine Gehälter ganz normal weiter, ganz linear, weil dafür hat es, die Verträge laufen in Euro, da ändert sich gar nichts. Das heißt, bevor sich so ein Gehalt in irgendeiner Form umstellen kann, muss es neue Verträge mit den Angestellten geben. Und wäre es dann später irgendwann so, dass dieses, naja, dass die Parallelwährung, dass das dann überführt werden würde? Also das Gehalt selber wird, das Gehalt für eine Arbeitsleistung wird ja nicht von dieser Grundeinkommensinstitution sozusagen bezahlt, sondern das wird ja vom Arbeitgeber bezahlt. Und der Arbeitgeber muss dann am Ende schauen, nimmt der A noch genug Euros ein, um es weiterhin in Euro zahlen zu können, oder ist er eigentlich sozusagen zwangsweise notwendig zu sagen, ich habe inzwischen 50% Umsatz in der Parallelwährung, ich kann dir ja nicht 100% sozusagen im Gehalt in der Währung zahlen. Das Grundeinkommen ist immer on top. Das Grundeinkommen ist, es läuft ja komplett außerhalb von Arbeitsverträgen. Wie das der Staat ist, ist dann auch wieder eine andere Geschichte. Es kann sein, dass er anfängt, wenn das Grundeinkommen losgeht, er sich mit dem Hartz IV zurückzieht und sagt, ich rechne dir dieses Grundeinkommen als Einkommen an. Und Rentner dürften das auch beantragen? Ja, ja, also das ist für jede Person unabhängig vom Alter, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von Gesinnung, so, weil sie halt mit dem System bereit ist, es irgendwo mitzutragen. Wenn der Staat sagt, ich rechne das Grundeinkommen als Einkommen an, dann ist er der Schritt nicht weit zusammen, nicht besteuert ist. Und dann ist er eigentlich gar nichts gewonnen. Naja, doch, an der Stelle wäre sogar sehr viel gewonnen. Weil, wenn er tatsächlich einem Hartz-IV-Empfänger das Grundeinkommen besteuern würde, da sind keine Euros da. Da kann er machen, was er will. und da wäre es sehr spannend, wer da die stärkere Kraft ist. Ein Staat, der sich hinstellt und seine Hartz-IV-Empfänger sozusagen sagt, entweder bezahlt sie mir zu viel Euro für ein Nicht-Euro-Einkommen oder ich sperre dich ein. Es ist natürlich schwer, diese Menschen dann zu aktivieren und zu vertreten und mit ihnen dann an der Stelle sie auch dann zu unterstützen und zu sagen, du, auf das Muskelspiel lassen wir uns ein. Wenn der Staat jetzt hingeht und sagt, ich kriminalisiere jetzt im Endeffekt eine Million Sozialhilfe-Empfänger, weil sie keine Euro-Steuer zahlen auf Sachen, die sie gar nicht... Es wird sehr spannend. Ich glaube nicht, dass er die Diskussion durchhält. Ich dachte nicht an die Hartz-IV-Empfänger. Ich dachte jetzt zum Beispiel an jemanden, der in einem normalen Beschäftigungsverhältnis steht und einen Teil seines Gehaltes in Euro kriegt und einen Teil in der Parallelwährung. Da könnte doch der Staat leichter auf die Idee kommen, dass er die Parallelwährung besteuert. Also soweit er das natürlich als Gehaltseinkommen bekommt, ist es mit Sicherheit so. Weil, klar, es ist ein normaler Einkommen. Wie gesagt, die Parallelwährung soll nicht dazu dienen, um irgendwie zu sagen, ich komme da irgendwie an der Steuervorbein. Ganz im Gegenteil. An der Stelle habe ich sogar das Interesse, dass der Staat möglichst früh mit der Parallelwährung als Steuerbasis konfrontiert wird. Weil er muss eine Entscheidung treffen und sie als... Er muss es nicht mal als gesetzliche Zahlungsmittel anerkennen. Aber wenn er das als Steuerzahlungsmittel anerkennen muss, zwangsweise, dann habe ich eigentlich schon sehr viel gewonnen. Das heißt, also je früher diese Konfrontation und eine Klärung selbst vor Gericht stattfindet, inwieweit es erstens legitim ist, also Einkommen in der Höhe, die es dann vorliegt, zum einen zu besteuern, in der Form, dass sie aber trotzdem eine fremde Währung dafür verlangen. Das heißt, inwieweit ist es zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, wenn heute eine Person in US-Dollar bezahlt wird, aber dem deutschen Steuerrecht unterliegt. Jetzt kommt immer auf die Verhandlungsmacht dann ab. Das Finanzamt wird wahrscheinlich sagen, das ist ein geldwerter Vorteil. Ja, ja. Man rechnet sich aus dem Euro um und will dann die Steuer dafür einen Euro haben. In der niedrigen Instanz wird es sicherlich ohne Sachen passieren. Da ist es einfach wichtig, die Leute mitzunehmen und das Finanzamt auf den unteren Chargen führt nur die Regeln aus. Da hat man überhaupt keine, also zumindest kaum eine Möglichkeit, in irgendeiner Form irgendeinen Rahmen zu bekommen. Das geht erst auf den Ebenen darüber und das geht nur durch rechtliche und gerichtliche im Endeffekt Sprechung, wenn der Staat nicht vorher bereit ist einzunehmen. Also das ist absolut klar und das ist auch die Sache, da sollten die Leute natürlich nicht alleingelassen werden. Das, was ich ja hier plane im Endeffekt, ist ja eine Sache, wo auch eine Institution dahinter steht, die dieses Ganze garantieren soll. Wenn es diese Institution gibt, die natürlich dieses Geld auch schöpft, dann wird die auch dafür zuständig sein, diese rechtlichen Sachen und wird auch mit jedem Mitglied im Endeffekt das absprechen, zu sagen, hier, alles, was diese Währung angeht, wenn der Staat da irgendwas von dir will, kommt zu uns. Wir klären das. Weil dann habe ich nämlich auch die Möglichkeit, wenn ich 100.000, 500.000, wenn ich eine Million Leute habe, die mit diesem System in irgendeiner Form bereits verbunden sind, dann bekomme ich Verhandlungsmacht. Als Einzelperson erreiche ich da ziemlich wenig, außer der Staat hat erhebliche Gesetzeslücken, die ich vor Gericht sozusagen durchziehen oder halt überführen kann. Und deswegen, es ist erstmal eine Vision und die Streitereien, die kommen werden, ist natürlich klar. Es gibt ein bestehendes System, das wir kommen, also das Ziel ist zwar möglich, parallel daran hochzuziehen, aber es hat eine Implikation auf das bestehende System. Es wird es nicht in Frieden lassen, wir greifen es nicht an, es ist nicht das Ziel, irgendetwas anzugreifen, aber es wird es nicht unbeeinflusst lassen. Also wir können auch ganz normal jetzt in die Vision einsteigen, ich habe soweit das den sozusagen alle wichtigen Punkte soweit, denke ich, erläutert. zuerst,